Mama? Was ist denn hier los? Wie ich die hier hab liegen sehen, da dachte ich, da liegt eine Fremde. Selbst Leonie konnte nicht glauben, dass das ihre Mama ist. Geh mal spielen. Hör mal, hast du einen Sockenschuss oder was? Was machst du hier? Mich sonnen. Hast du schon mal in den Spiegel geguckt? Wie siehst du denn bitte aus? Schön braun. Braun? Ja natürlich. Das ist doch unnormal, ist doch kein Braun mehr. Strahlen von rechts, von links, von oben, von unten. Und ich glaube, die hat nicht nur ihre Haut verbrannt.